Yo, ihr Eumel, was ihr hier seht, ist Ball 8, bei dem wir, Spoiler Alert, siegreich natürlich hervorgekommen sind. Ich habe einfach alle drei Runden einander gereiht, also ihr werdet das schon sehen. Die erste Runde ein bisschen geschnitten, weil das unsere schlechteste war und wir eigentlich keine Punkte geholt haben. Und die zweite und dritte natürlich, die spannend darin sind, aber ich zeige euch trotzdem natürlich die erste von dem Moment hier an, der sich lohnt. Wir haben sonst nur gelootet und mussten eigentlich nur der Zone hinterher rennen, weil wir erst nah heruntergegangen sind und der erste Kreis natürlich schon so Military-Only war ziemlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal live auf Twitch. Der Link ist natürlich in der Beschreibung zu finden und überall und blieblablope. Viel Spaß, adieu. Ich hoffe, die haben uns nicht reinplanschen hören. Ja. Ich hoffe halt nur, dass meine AKM nicht potatot, das ist alles. Ja, die sind hier close. Ja, warte, 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 warte. Ja, ja, ich warte. Ich gucke, ich specke mir schon mal. Ich bin halt der schlechteste, schlechteste Kletterer so in diesem Game, man. Okay, die werden abgeschossen. Die wurden, glaube ich, gerade gekillt. Echt? Ja, die wurden gekillt, die wurden gekillt. Oh, dann lass warten, ob die kommen. Ja, ja. Wollen die wirklich gekillt, meinst du? Ja, die wurden gekillt, definitiv. Vielleicht kommen die, die looten. Ich hoffe, dass die nicht von hier oben gucken. Aber wenn die oben am Berg gucken, bin ich so tot, Spoon. Na ja, eben. Die sind auch irgendwo oben am Berg gewesen, aber ich weiß nicht genau, wo. Scheiße, ich müsste hier weg, ein bisschen nach vorne. Der war aber auch instant, also. Okay. Oh, Whitey's down. Oh ja, ich sehe jemanden. 265 am Strand. Oh, ich werde abgeschossen. Oh shit. Bin hier aber safe. Nice. Oh nein. Was? Nein. Was ist? Ich stacke. Nein. Ich stacke. Kann ich dich da holen? Nee. Fuck, ehrlich nicht. Nee. Oh nein, Spoon. Irgendein Loch ist hier. Ah. Das ist ein Todesloch. Und ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Ich sehe nichts mehr. Du klemmst immer noch da. Oh mein Gott. Ich werde beschossen. Wieder mal, wieder mal ein nices Game gemacht hier. Oh, wir werden von jetzt... Ich bin noch in der Zone. Ja, aber hier sind Leute, die auch nicht schießen. Ach, Brandon. Ich freue mich schon auf sein Nächstes. Ich will gleich eine Nade so bestimmt rechts lang wollen und mich dann doch noch hitten oder so ein Scheiß. Ich bin wieder drin, Spoon. Ich bin wieder drin. Ja, hab ich ja gesagt. Deswegen wart einfach. Heute ist das Game echt für... Oh, die Leute, die hier lang kommen. Ich könnte halt immer noch von hinten oben abgeschossen, wenn ich Pech habe. Oh, hier ist was vor mir. Einer, komm, ich pushen. Ach, echt? Ach, in dem Moment, wo ich den nocke, werde ich schon gekillt, ey. Scheiße, Mann. Ach, ich fühl's Batman. Das ging schnell auf jeden Fall. Aber ich werde da jetzt auch nicht drauf eingehen, ne? Danach dann. Oh, nee. Aber wir können Trailerpark runter, nice. Ja, nee. Sollen wir nach Lack-Properia gehen? Ja, können wir machen. Hier so rein? Ja. Okay. Es sind auf jeden Fall Leute rausgegangen, die da wahrscheinlich mitkommen werden. Ja, aber lass mal... Na gut, ja, die Häuser da gehen schon. Also den vorderen Teil würde ich nicht looten geben. Welchen vorderen Teil? Ähm, dieses komische... Dieses U? ...rechteck da. Oder das U, ja. Das ist richtig eklig. Vom Loot her. Ja, ja, diese ganz... Diese vielen Kleinhäuser wollte ich halt hin. Ja. In der Hoffnung, dass man dann... ...hald auch was findet. Bisschen Loot tickt. Ja, in der Hoffnung, ne? Ich hab jetzt echt mal Lust auf Loot. Hoffnung stirbt zuletzt. Ist hier ein Auto direkt unter mir, oder was ist das? Nichts kaputt ist. Äh, siehst du wen? Ich seh auf den ersten Blick gar nix. Nö, ich seh auch keinen. Ey, das war genau die Stadt, wo wir letztes Mal auch drin waren, ne? Oder war da Torre, wo wir letztes Mal... Doch, doch. Hier waren wir drin, aber... Ne, es war Torre. Ne, wir waren in Torre. Wir waren in Torre, wo keiner war. So, das ist jetzt aber First, ne, ja. Das ist jetzt First Person, ja. Wie ich einfach die ersten Minuten in First rumgelaufen bin vorhin, die Runde. Habt das nicht hier checkt. Kann aber sein, dass hier immer noch Leute mit dem Fahrzeug ankommen, ne? Ich war nie Veggie. Theoretisch. Oder, dass es einen Fallschirm-Bug gibt und die Leute, die ihn nicht sehen konnten. Ja, Fallschirm-Bug kann immer sein. Du bist aber gerade durch ein Fenster gesprungen, ne? Ja. Wenigstens hab ich jetzt meine Ska. Hey, ich kann auch mal was machen. Nice, sü. Ich hab im 16 und UMP. Ja. Ich würd sagen, wir spielen diesmal ein bisschen aggressiver so. Äh, warte, warst du das wieder? Ja. Okay. Ja, nachher waren hier doch welche. Ja, wir brauchen schon Kills, wenn wir sonst keine Platzierung haben, ne? Aber für aggressiver haben wir jetzt den falschen Spot gewählt, Mann. Hier ist ja keiner. Du willst ja jetzt aggressiv machen. Achso, nee, nee. Mitgehen, meine ich. Mitgehen. Mitgehen, mir amalaggressiv. Omega, lol. Ja, na, wenn wir Vierer haben und Achter so, dann würde ich schon... Ja, aber du siehst ja da nix. Dann können wir halt auf Fernkampf was machen. Die meisten werden dann wahrscheinlich ohne Scopes rumlaufen. Oh, es wäre schön, wenn ich mal einen Rucksack und eine Weste finden würde, damit ich mal Sachen mitnehmen kann. Langsam wird mein... Ah, hier. Okay, Alter, ich bring jetzt... Beihelm hast du schon, oder? Was hab ich? Beihelm? Nee, ich hab nur einen Einer. Ja, ich hab mal hier bei Gelb einen Zweier markiert. Ja, ich hab Einer Helm, keine Weste. Skorbrauch auch nur eins. Hast du schon eine AR? M16. Ja. Wir haben leider nicht so viel Zeit zu looten, ne? Die Zone ist halt schon anderthalb Kilometer weg. Achso. Naja, stimmt. Ich werde mir mal Benzin mitnehmen. Hier ist ja hoffentlich ein Auto. Wenn hier kein Auto wäre, wäre das ein bisschen dreckig. Dann meine Einer, was ist der? Wo genau war der Helm an diesem Billard? Ähm, der war unten irgendwo drin. Kimberley, vielen, vielen Dank für das Zaperoni. Also ziemlich nah an der gelben Markierung dran. Ah ja, hier in diesem einen Raum. Danke, 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 danke. Willkommen bei den Eumeln. Ich dachte kurzzeitig, ich hätte Steps gehört. Und selbst wenn nicht, dann wird es halt jetzt erstmal eine Laufrunde werden oder so. Also wenn wir jetzt kein Fahrzeug haben. Ich hoffe, wir finden eins. Ich habe leider wieder ein bisschen lächerliches Loot. Ja. Ja, nur ein Red Dot und ein Zweier und halt OMP. M16, ich weiß auch nicht. Nicht so mein Favorite, wenn ich das mal sagen kann. Also ich habe aber relativ viel Fimpermoni, da kann ich dir noch was abgeben. Wenn du eine SCAR oder M416 findest, dann bitte schrei. Ja. Scheiße, man, in diesem Haus ist einfach gar nichts. Drei Etagen nix. Wo ist eigentlich die Red Zone bei uns? Keine Ahnung. Hier steht ein Van bei mir. Ich markiere den dann mal. Jojo. Wegen Benzin dann am besten ein bisschen gucken, ne? Ich gucke, wenn ich was sehe. Heilung habe ich auch irgendwie nix gefunden. Zwei für das E3 Boost. Oh, hier ist eine SCAR. Alles klar. Nice. Nice. Hätte ja auch jetzt eine M4 gefunden, falls du willst, aber... Der Fimpermoni hier rumliegt. Ich habe 360 Schuss. Ja? Kannst du mir gerne was geben. Ich habe 60 zum Nachleihen gleich. Ich finde überall Zweier-Scopes. Zwei. Er hat nicht mal eine Sichtel. Traurig. Ohne Sichtel können wir das auch nicht schaffen, ne? Noch mehr Fimper. Ja, nimm ruhig alles mit. Ein Vierer wäre noch sexy, ne? Ey, ich nehme auch mal zwei Smokes mit. Denk auch dann eventuell nochmal einen Smokes, ne? Ja, sowas Long-Range-mäßiges bräuchte ich auch. Ist ja mal nice. Ops. Ops. Ja, bin auch im Leben überlegen. 30 Sekunden. Das reinfahren, ne? Das wird wieder... Ich würde sagen, wir chillen einfach diesmal bei Miramar, oder? Was hatten wir letztens? Da wollten wir auch einmal quer durch die Map und sind dann... Ja, einmal wurden wir rausgeschossen vom Motorrad. Die Sache ist, glaube ich, bei Baal, wenn die Leute so lange leben und du willst halt einmal irgendwie in die Map rein, dann... Wenn du es einmal geschafft hast, okay, aber du musst erst mal da hinkommen und es sind so viele Leute dann am Leben. Ja, hier leben, ja, das ist das Problem, ne? Normalerweise sagst du halt nicht so viele Leute, die dann eventuell so am Zonenrand warten oder... Eben. ...reinkommen. Wir können halt so ein Stück fahren und laufen oder so. Ja, ich würde auf jeden Fall in die Zone reinlaufen, dann wahrscheinlich. Nein, ich vielleicht auf jeden Fall. Ich habe einen Vierer schon gefunden, also. Nice, ich nehme mal Sprit mit. Ich habe leider keinen Vierer. Ich bin auch auf der Suche. So drei First Aid, zwei Boosts habe ich. Ganz okay, oh. Ich habe zwei First Aid, sieben Boosts. Warte mal, ich bring dir mal auch nochmal eine Smoke mit, das ist bestimmt keine, ne? Ah, nee. Ich stopp hier mal eine. Ich habe zwei mit. So, warte mal, komm mal. Achso. Was hast du? Ich habe jetzt auch 200 Schuss. Fünf Warte. Hier brauchst du nicht mehr? Äh, nehme ich erst mal mit, so und ich Platz habe. Nee, es ist halt ganz geil hier. Wo du warst oder wo nicht? Hier ist noch mehr schon mal. Hier war ich noch gar nicht, wenn du weiter gehst. Okay. Also in den Nachosten, da war ich noch gar nicht. Aber wir müssen halt nachher auf jeden Fall das Auto holen. Benzin habe ich einmal mit. Achso, die Zone kommt dann so langsam. Ich weiß. Ich weiß. Ah, ich habe Benzin gefunden. Griff brauchst du nicht mehr, oder? Nope. Ich bräuchte Max. Max. Wir wollen halt was hier vorne. Tutito. Okay, ich habe zehn Boosts jetzt gefunden. Ich habe nochmal ein First Aid. Hau ich die ganze Muni weg? Ich habe auf jeden Fall mehr als genug Muni. So viel werde ich niemals brauchen. Ja, ich auch. Hier ganz links ist auch nochmal ein Land Rover. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit deiner weg ist. Aber hier irgendwie so. Ja, lass lieber den Land Rover nehmen. Das ist der, der... Ich hasse den Land Rover zu fahren, weil das ist der, der manchmal so links-rechts schwingt. Ja, ich weiß, aber der andere... Ja, wobei, ja, wir können auch den dicken Tank nehmen. Aber damit können wir besser... Der Tank ist bei gelb. Bei gelb? Ja. Ja, was meinst du jetzt, ey? Ja, mit dem Tank müssen wir halt Straße fahren, ne? Also da definitiv, weil da kann ich nicht über das Land oder so. Also ich will nicht die Straße nehmen, die durch St. Martin fährt, auf jeden Fall nicht. Ja. Der Undercoat-Verficker wurde gekillt. Mhm. Hehe. Ja. Also der falsche. Ja. So, warte mal. Mad Check. Drei First Aid, zwei Boost. Ich hab drei First Aid, zehn Boost. Okay. Zehn? Ja. Da würde ich dann schon mal vier abhaben wollen. Mhm. Können wir einen machen. Nehme ich jetzt schon mal eine Bandage. Was du vorläufst und dann im Laufen droppen kannst. Drop einfach im Laufen. Was brauchst du denn? Äh, Boost. Vier Boost. Ja. Wie viele hast du jetzt? Ähm, ich hab jetzt... Äh, fünf, sechs. Okay. Kannst du mir auch mal Bandage droppen? Wenn du viel hast? Also ich hab noch elf. Ja. Okay, ich hab jetzt zehn. Dann nehm ich die erst mal. Hm. Hm. Wo ist ich mich dann auch schon mal voll, glaube ich? Ja, mach ich auch mal. So. Äh, ich fahr außen rum, ne? Ja. Ich fahr links. Also jetzt von der Karte her links gesehen und dann bei El Poso vorbei und dann durch Probieren wir. Wir wissen es ja theoretisch nicht, was gut ist, ne? Ja. Müssen wir ausprobieren. Weil das sieht nach dem selbesten Weg aus. Ja. Das war das, was wir letztes Mal auch dachten. Ich hab die, äh... Ich hab hinterher nochmal reingeguckt, ne? Da waren schon einige. Also wir sind schon irgendwie so an drei, vier Teams irgendwie so vorbeigefahren. Ja, ne? Wir fliegen auch... Oder wir fahren genau unter der Flugroute, glaube ich, dann theoretisch runter. Ja, keine Ahnung. Ich fahr jetzt einfach. Ja, ja, fahr. Soll ich machen. Wir können ja, ich weiß nicht, irgendwie so ab hier laufen oder sowas. Achso, du willst da sogar noch. Ja, das könnte man auch machen. Aber ich weiß nicht, ob wir so viel Benzin haben. Zumindest müssen wir dann zwischen. Ich hab... Ich verstehe. Ich hab's mit mit. Ja, du willst sozusagen einfach mal von Norden nach Süden komplett durch und dann unten rein. Ja, und dann von unten rein, oder? Ja, okay. Hast du denn jetzt schon Vierer, weil dann bist du... Vierer hab ich nicht, ne. Vierer hab ich nicht. Leider nicht. Feels bad, man. Ja. Aber da hätten wir eigentlich auch den Land Rover nehmen können. Wobei, der verbraucht ziemlich viel Benzin. Wir können einmal tanken, wenn du willst. Hast du Benzin? Ach, ne, ich hab ja auch Benzin fast. Ja. Dann hab ich's auch schon mal aus dem Inventar raus. Aber ich mein, jetzt ist es nicht so wild. Ich hätte gerne ein Extended Mac. Und ich hätte gerne... Ach, was für vorne drauf. Soll ich mir gleich mal tauschen? Können wir? Drei. Ja, wir müssen loswitchen. Drei. Oh, du bist auf dem Dreier? Okay. Mhm. Schild umfahren. Ich war einfach geboostet durch, ne? Ja, ja. Ich hab ja Benzin. Ach so, warte mal. Die Zone geht ja auch wieder ran. Naja, die geht schon ran jetzt. Aber das hast du schon. Wird schon... Wird schon den Weg fahren. Also wir haben ja noch 3-8. Ich glaub schon, dass das dann so viel ist. Boah, leckt das bei mir. So, von mir aus kann man dann Bier erzählen. Okay. Die Boots sind nicht verschwendet. Man verliert weniger Leben, falls man doch mal beschossen wird. Und wir haben noch genug. Wenn man halt killt, findet man eh wieder Boots. Wir müssen da nur Leute finden, zu killen. Wir können halt versuchen, über diese... Links noch rüber, über die Dinge zu fahren. Über die Berge oder so. Das auch nicht. Ne, ne, ne. Das schaffen wir mit dem Ding nicht. Die Berge sind mega hoch. Das... Da brauchen wir ewig. Das passt schon so. So, warte mal. Ich muss gleich mal tanken. Gremst mal lieber, weil dann sonst dort... Ich tank mit. Tankst du auch gleich? Ah ja. Nice, nice, nice. So, die Zone würde jetzt bestimmt ein bisschen mehr ziehen. Mal gucken. Ah ja, guck mal. Ist sogar gut. Dann würde ich sagen, fahren wir hier so ran und laufen dann ab da. Ja. Für den Häusern oder so, die da sind. Ah, ich hoffe, wir werden nicht rausgeschossen. Das wäre echt ein bisschen blöd. Dann haben wir wieder mal die Runde so gar nichts geschissen. Wir fahren und dann werden wir rausgeschossen. Wir sind gefahren, wir hatten romantische Runden. Wir hatten tolle Runden dann, auf jeden Fall. Okay. Du darfst auf jeden Fall nicht crashen bei der Geschwindigkeit. Ich glaube, dann sind wir tot. Sollen wir ab hier laufen? Kannst du dich nicht mehr fallen? Doch, doch. Meister, ja. Nee, ab hier würde ich nicht laufen. Schon da, wo ich markiert habe. Ja, je mehr Zone-Rand wir abfahren, desto gefälliger ist es theoretisch. Weil irgendwann ist da einer, ne? Ja. Ja, ich fahre jetzt hier und halte hier an. So. Okay, ich glaube, ich werde mich hier mal voll heilen. Sind die Häuser hier vorne drin? Oh, scheiße. Die sind drin, ja. Oh, okay. Aber es geht gleich weiter, deswegen. Wir sind aber am richtigen Ende, also. Passt, passt, passt. Passt, 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 passt. Dann, ne? Ja. Ich muss mich aber heilen. Bist die nicht in der Zone? Ich weiß. Aber falls sie jetzt halt da sind. Boah, mein Charakter kann nicht hochlaufen wieder. Pass auf, sie sich rechts jetzt gleich nicht sehen, ey. Vielleicht können wir die abballern sogar. Vielleicht. Die müssen ja hier sein. Ja, ich seh die, die sind bei der Halle hier vorn. Halle. Hast du, äh, Schussfeld drauf? Ne, noch nicht, aber ich geh erstmal in die Zone. Hier eine gute Deckung. Ja, ich seh die, ich seh die schon. An dem Van, der hier unten ist. Oh, ja, ja, ich hab eigentlich... Oh, schieß auf mich, ich bin down. Fuck. Ja. War ein Headshot passiert. Oh shit. Hinter uns auch. Hinter uns auch. Oh nein, wir sind richtig scheiße rein. Oh Gott. Oh Gott. Hinter uns sind auch noch welche. Wo sind die hinter uns? Werden doch von oben reingehen sollen, wie ich meinte. Nee, die hinter uns leider nicht. Ich auch nicht. Ich hab die nicht gesehen. Könnte sein, dass da noch irgendwann ein Berg ist oder so. Kann ich dich holen oder eher nicht? Was denkst du? Ich bin offen. Ich weiß nicht, wo die hinten sind. Ah. Ja, ich hol dich mal. Also von da oben... Jetzt hat er noch... Er hat noch nicht gepiekt, ne? Deswegen. Ja, von da oben kamen auf jeden Fall Schüsse. Vielleicht hat er kassiert... Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn, oder? Nee. War Anti-Aliasing. Da waren keine Schüsse mehr. Deswegen. Nächste Zone ist ein bisschen weiter. Ja. Lass schon laufen einfach. Ah, hier vorne. Ah, ich hab ihn gesehen. Sehen. Die haben gute Deckung, also... Nein, meine Waffe ist leer. Meine Waffe ist leer. Ich hab beide. Lol. Oh, das Extended-Mech hätte jetzt echt gefehlt, Alter. 25 Sekunden noch. Ich weiß nicht, ob wir in die Zone dann kommen. Ich weiß auch nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall hochhalten. Aber die haben bestimmt Heilung, denk ich mal. Nice. Du hast sie zerstört. Oh, meine Waffe war gerade leer, Mann. Ey, das Extended-Mech, Alter. Oh, Gott. Das hätte ich so gebraucht. Und das ohne Cover. Das stimmt. Ja, also die hatten echt gute Cover. Deswegen meine ich... Der hat nicht viel, Mann. Nee, okay. Ich konnte nicht mal mehr sein Ding ins Looten, ob der einen Mech hat oder so einen Vierer-Scope. Die Zone ist nicht schnell. Der hatte keinen Vierer, nee. Okay, auch keinen Extended? Der hat einen Zweier, also. Okay. Extended SR hatte der. Ja, ich habe keinen SR. Oder habe ich zumindest nicht. Boah, ich laufe lieber mit Waffe. Wir sind schnell genug. Hast du First Aid noch zu können? Äh, zwei. Ja, ich habe gar keins. Ich glaube, wir lassen uns vielleicht erst rein, oder? Jo. Dann muss ich jetzt so stehen bleiben und rechts flieg. Wir müssen... Ja, die Spieler sind rechts von uns. 105. Habe ich die über den Berg laufen sehen. Der Berg hat 105. Lass mal lieber weiter links rein. Ja, ja. Oh, ich habe schossen. Ich sehe die nicht. Ich weiß leider auch nicht genau, wo die sind. Die sind schon auf mich jetzt gerade. Ja, ich habe hier leider wenig Deckung. Wir müssen uns aufsplitten. Ich bin tot, weil ich habe keine Deckung. Du bist oben gut, aber hier nicht. Ich nicht. Nee, nee. Ich habe hier oben nichts. Die sind gerade Feuer auf mich. Ich gucke mal, ob ich die beschießen kann, aber ich sehe die auch nicht. Er hat daneben geschossen. Ich hatte Glück. Ja, der ist genau hinter dir. Ist knockt. Der Maid ist noch weiter hinten, wo ich den genockt habe. Ich bin immer noch sehr offen, leider. Ich kann nur zur Not mitschießen. Ich habe gleich Deckung. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der pusht rechts hoch. Ich habe den gesehen, ja. Auf dem Weg, wie der vor dir ist. Nee, er ist immer noch da. Ich habe jetzt Deckung. Ich kann dir Feuer geben. Ich bin drin. Ich bin noch in der Zone. Er ist nicht drin. Er ist nicht drin. Ich gucke, wo er flankiert. Ja, er ist ganz oben auf dem Hügel. Ganz oben. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Alter. Ich gucke noch mal, ob die Dingens haben. Nice. Bist du dir sicher? Ja, ja. Ja, der hat ein Maidkitz. Der hat 15 First Aid. 15. 15. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich kann die nicht nehmen. Okay, warte, dann komme ich die holen. Soll ich holen? Oder nicht? Ja, 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 ja. Ich habe die doch. Ich habe die. Du hast sie? Ja, der hat den Dreierrucksack noch. Hast du Boost noch mitnehmen können? Äh, hier. Ja, ich habe 20 Boosts jetzt. Du droppst mir drei First Aid und du sagst, der hat 15. 15 Boosts. Ach so, Boosts. Ah, okay, ja, Boosts. Äh, hier. Ich glaube, das reicht. Ja, das reicht. Nice, nice, nice. Und wir haben die Zone auch vor uns. Mhm. Vierer hatte der. Ah. Die Zone ist nicht schnell. Ich muss das Vierer holen. Ja, das stimmt. Das ist wichtig, Mann. Ja, Pira ist wichtig. Ja, hab. Okay, ich habe jetzt keine Bandagen mehr, aber das ist auch nicht so wild. Hast du noch Bandagen irgendwie? Nee, nee. Äh, doch. 17 Stück. Äh, ja, kannst du mir nochmal so fünf geben? Ja, gut. Oh, unsere Deckung hier, ne? Die ganze Zeit ohne Deckung. Können wir ihn wohl chillen, ey? Nee, oh, der Heugel ist genau nicht drin. Ja? Können wir nehmen. Okay. Dieht, äh, leer aus zumindestens. Ich werf trotzdem nen Nate rein erstmal. Aber ich hab schon von oben so mit dem Vierer reingeguckt. Rechts von uns steht ein Buggy. Oh, jo. Ich weiß nicht, ob wir uns den Fakol nehmen sollten, aber... Hier ist der... Ey, hier ist ein Drop bei uns. Ich hol mir den. Oh, lol. Ja, nice. Okay, okay. Gib Deckung. Oh, ich hab Angst. Ich hab selber keine Deckung. Hier sind zwei Drops sogar. Ich bleib unten am besten. Äh, Spieler? 175. 175. Geht auf dich. Geht auf dich. Ja. Hat zwei Hits. Zwei Hits. M24, ich nehme die. Nice. Aber nur 15 Schuss. Ja, okay. Ich guck mal. Nee, ich hab keine 7er. Er hat zwei Hits bekommen von mir. Ja, er läuft hinten... Er läuft ein bisschen weiter links, also... Der ist hinter dem Baum, deswegen kann ich grad nichts machen. Glaub ich, nur eine einzelne Person. Hat einen Hit von mir? Ein M24-Hit? Ich hab keine Vision auf den leider. Ich konnte leider nicht auf seinen Head aimen, weil ich den nicht richtig gesehen habe. Ah, jetzt. Er läuft vor. Er ist irgendwo vorgelaufen. Zu mir hier? Oder? Nee, nee. Nee, nee. Der ist schon... Ja, wenn... Wenn, dann linkens. Nee, er ist noch im Hügel. Ah, da. Ah, ich seh ihn, ja. Sind zwei. Die wissen nicht von... Hab einen knocked. Sehr gut. Das ist der, der uns vorhin gekillt hat. Ja, echt knocked. Nice. Rache! Nice, nice, nice. Das ist noch sein Mate, das ist noch sein Mate. Ja, ich weiß. Aber ich seh ihn nicht. Ich auch nicht. Rache ist mein, du Tier. Du kriegst mit SKS. Ja, schal gedämpft. Schal gedämpft. Die Fuckboy ist dann immer noch hier drin. Ja, können wir machen. Ja, dann lass den Fuckboy gehen und wir fangen den ab, oder? Wie? Also... Ja, hä? Was denn? Geh schon mal Fuckboy, geh schon mal Fuckboy. Dass, falls ich sterbe, dass du da safe bist. Nein. What the Fuck? Entweder machen... Wir machen Dinge zusammen. Ja. Ich seh ihn. So ein bisschen. Der smogt jetzt gerade. Ist der in der Smoke? Nee, der ist doch an einem Hügel. Ach, da, ich sehe, wo den schießt. Ja, hat einen Headshot. Hat einen Headshot. Nice. Tot. Sehr gut. Schön, sehr gut. Sehr gut. Ich hab auch einen Kill, Wingard. Nice, nice. Hier unten kommen, glaube ich, welche. Und Schüsse Richtung Norden, hab ich auch gehört. Wenn die Zone ran ist, können wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben, hinter die Fuckboy gehen. Ja, hier unten. Dann hat einer Mikro beziehen noch. LoL. Pass auf, wir sind sehr offen. Hier kommen gleich Zonsurfer. Ja, da oben geht, da oben geht. Ich hab... Zonsurfer gleich, pass auf. Hier kommt gleich, äh, irgendein Zonsurfer. Marco. Ich hab mal einen Nate geworfen. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie close ist oder so. Der eine unten wurde gekillt. Da ist noch einer, ich sehe einen. Da sind noch welche. Ja, beim... Beim... Dings, Bums. Beim Traktor. Wie heißt es? Traktor, ja. Traktor hat sich hingelegt. Oh, Open Feet. Und close oder was? Ja, hab schon, hab schon. Zonsurfer hier oben. Ja, was? Oder der hat doch geschossen, oder war das der? Ne, ne, ich hab einen gekillt. Und den Traktor noch. Traktor. Ich guck, ob die Zonsurfer kommen, Spoon. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir... Wir stehen da so offen, wenn wir nur auf die Aims machen. Ohne Scheiß. Schießt du drauf? Ich guck, ob die kommen. Ja, ich guck auf den Traktor-Typen. Es ist einer Traktor. Ich sehe eine Leiche. Ach, das war der, den du gekillt hast. Es muss noch ein Zweierteam dann sein, wahrscheinlich. Ich sehe die. Einer 40, 40. Bergab läuft der. Pass auf. Er ist auf mich. Was ist der von 40? Ja, 40, ja. Wir müssen auf den Traktor-Typen aufpassen. Traktor hat einen Hit. Wir sind da so beim Berg. Wir haben leider wenig Deckung. Ja. Ui, ui, ui. Alter, wenn ich die sehen würde, Mann. Wir können uns hinlegen. Ja, wir sind aber nicht drin. Naja. Wir haben nach 18 Sekunden. Vielleicht kann der Traktor-Typ was machen für uns. Ich nehme mal kurz meine Adrenalinspritze. Die sind schon runtergepusht, glaube ich. So, wir müssen jetzt gleich. Er läuft auch oben. Wir sind dann im Heubein. Ich habe gesehen, ja. Wir haben die wenigste Deckung von allen. Ja, ich werde beschossen. Hier unten ist ein Stein. Ich muss da rankommen. Ja. Mann! Scheiße, Granaten. Nimm die richtige. Ich sehe einen am Baum. Ich sehe einen am Baum. Der ist nockt. 10 Grad. 10 Grad am Baum nockt. Müsste aber sterben an der Zone. Hab ihn, hab ihn. Kill Gold. Das war eine Bierbank, oder? Nein, nein. Nexos. Ah, einer. Einer ist oben cool. Letzter, letzter, letzter. Letzter, letzter. Easy. Ich grüße ein Quantum Pro. Nein, keine Ahnung. Sag mal lieber. Der liegt da. Ich grüße ein Quantum Pro. Den soll ich nämlich grüßen, wenn ich den Sieg hole. Nice, nice. Bam. Schön, toll. Danke fürs Carrying, Venga. Schön, sehr gut. Ich carry immer gerne. Spoon, ich habe dir doch versprochen, dass ich carry. Habe ich dir das nicht versprochen, dass ich dich noch carry? Da ich dann zwei Balls nicht halten konnte, jetzt wenigstens. Ich bin nervös. Ich habe nichts gebrochen. Nichts. Bäm. Bäm. Sehr schön. Ah, nice, man. Nice, nice. So, okay, geht jetzt schon los. Oh shit. Muss man hier. Können auf jeden Fall noch viele Leute gewinnen, weil alle haben relativ gleich viele Punkte. Gut, gleich raus am Anfang. Ja, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Die Augapol, Norden. Hier direkt? Ganz in den Norden. In den, ach, ganz in den Norden. Ja, ja, hier. Okay, da hasse ich es eigentlich wie die Pest, aber okay. Ja, aber... Dann sind wir halt nicht wirklich mittig, ne? Das ist halt die Sache. Wenn die erste Zone, ja, wenn wir jetzt nicht in der ersten Zone sind... Hier sind aber viele Straßen, hier kriegen wir bestimmt ein Fahrzeug, denke ich mal. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass wir ein bisschen mittiger gehen. Ja, aber die ersten Zonen ziehen ja noch nichts, theoretisch. Ja, aber wenn die zweite Zone am anderen Ende ist, die kommt ja sofort, weißt du? Dann müssen wir jetzt mal auch wieder in die zweite und dritte kommen und so. Die Zone ist noch gar nicht da, also. Ja, jetzt noch nicht. Im Augapol sind noch welche, aber nicht bei uns. Es gibt keine Autos, es gibt keine Autos. Keine Autos? Nein, nein, es gibt keine Autos. Ich wäre halt auch nicht hier hingegangen, das ist total scheiße am Rand. Ja, dann hoffen wir mal, dass die erste und zweite Zone nicht so weit weg sind, sonst sind wir schon eigentlich am Arsch. Das ist eine Aktion von... Wenn wir jetzt gleich Pech haben und die erste Zone kommt, dann müssen wir sofort rennen. Also schon ohne, dass wir richtiges gehen. Oh je, ich hasse mein Leben. Also theoretisch ja, also wenn ihr sagt, erster Platz 22 Punkte und wir haben neun Kills, dann müsste es schon hinhauen. Oh, Lux ist auch schon direkt raus. Wie müsste das hinhauen? Wir haben doch nicht mal 30. Ja, 31. Ja, 31. Mit 31 müsst ihr hinhauen und dann... Aber wir haben ja nur 25 gekriegt, sagt mir mein Shit. Naja, eben, das 25 steht auch da. Deswegen habe ich es ja nochmal reingeschrieben, dass das da irgendwie nicht so... Ähm, es gibt ja nur UMPs, ne? Oh, die erste Zone ist noch nicht so weit weg. Aber wenn wir... Geht ja 5 Minuten Zeit. Ey, wenn ja... Ja, das ist normal. Das ist die normale Zonenzeit. So, okay. Aber wenn die zweite Zone hier ist, dann schaffen wir das schon nicht dahin. Gibt's Boote? Äh, Boote gibt's, ja. Ja gut, wenn's Boote gibt, können wir eventuell noch ein Boot schnappen oder so. Aber das Problem ist, da müssen wir innen durchfahren. Das ist auch ein bisschen doof. What you get is what you see. Okay, ich hab schon eine SMG und eine UC. Äh, eine UC und eine Shotgun. Voll gemoddetes Shotgun und... Also, AR-Compensator brauchen wir dann eigentlich nicht, ne? Und für ein Vamuni, ne? Nee, nee, nee. Und theoretisch könnte ich die Glock noch mitnehmen, für den Fall der Fälle. Jetzt hab ich meinen natürlich, meinen Extended Quickdraw-Mack weggeworfen. Das war doof. Also sind wir theoretisch Platz 3 jetzt, ja. Denk ich mal dann. Ich möchte es so... Ja, eine Saiga wär schön. Es heißt aber nur, dass alles noch drin ist. Alles ist noch drin. Ja, es ist drin. Aber die richtige Punktzahl hätte ich trotzdem schon gerne. Oh, ich hab eine Saiga. Okay, ich muss die Saiga nehmen. Auch wenn die keinen Showcut. Kompensator geht ja drauf. Kompensator geht ja drauf. Aber ich brauch keinen Scope dafür. Mach ich trotzdem. Machst du gerade ein Let's Play oder so? So, dann gehen wir mal hier in das Haus rein. Oh, mein erstes First Aid heute. Das ist echt cool. Mein erstes First Aid hab ich schon. Wow, ich hab mich so gefreut. Du hast gar nicht aufgepasst, Bruno. Das erste First Aid hab ich schon bei Minute 2 gefunden. Wir sind übrigens weit auseinander. Wenn jetzt doch wieder gleich was zufällig drin ist, dann sind wir voll rippt, Mann. Also ich hab weit und breit keinen gesehen. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Aber das haben wir... Wir sind doch schon mal in Georgopul gestorben, obwohl wir keinen gesehen haben. Aber da sind wir reingefahren. Das stimmt. Das stimmt auch wieder. Wir müssen so bei einer Minute müssen wir halt schon auf jeden Fall reinrennen. Also ich bin theoretisch schon kampfbereit. Ich brauch jetzt eigentlich nur noch bessere Weste und besseren Helm. Ich hab halt kaum Heilung, ey. Das ist richtig mies, wenn die Zone weit weg ist. Stimmt, ja. Leider hab ich nur einen Einer-Rucksack. Ich mein, ich brauch jetzt... Hm. Frag mich, ob ich doppel UMP spielen sollte. Weißt du, wie ich mein? Ja. UMP ist natürlich schon im Mid-Game besser, ne? Ich hab jetzt leider nur die Uzi. Weil sonst Shotgun so als Zweitwaffe, dann nehm ich lieber eine zweite um. Und die Folge laden ist. Hm. Alles nach Mitte. Wenn die die Einstellungen so gemacht haben, wie die das auf Discord geschrieben haben, dann geht das nicht in die Mitte. Wir haben nämlich Circle Centralization... Form jetzt auf. Hast du das? Ja, ich hab offen gelassen. Also die haben Circle Centralization Faktor nämlich nicht hochgedreht. Lass uns reingehen, Spoon. Ja, warte. Ich nehm noch die zwei Zimmer hier um und dann haben wir noch... Wenn's die Mitte wird, sind wir... Dann haben wir halt auch schon ein Problem. Ich guck mal, ob hier ein Boot ist. Dann fahren wir einfach wirklich ein Stück. Ich hab leider nur ein Einerhelm. Ich hab... Ja, Einerhelm, Zweierhelm, Einer Weste hab ich auch noch. Hier ist eine Zweier Weste bei mir. Ja, okay. Wir müssen... Brauchst du noch Scopes? Wir müssen, wir müssen. Nee. Komm gerade runter. Nee, der spawnt auch kein Boot, glaub ich, oder? Wenn dann eher... Wir spawnen ein Boot. Echt? Okay. Ja, ja. Wir kann ein Boot spawnen. Brauchst du ein 9er-Money? Nee, ich hab über 300. Extended-Megg AR bräuchte ich, wenn du hast für die Saiger. Äh, AR? Ach so. Ja, für die Saiger. Hatte ich vorhin, Extended-Quickdraw, aber ich wusste nicht, dass du... Ah, shit. Ja, nee. Weil, wir sind halt keine ARs. Ich hab nämlich auch den Compensator drauf auf der Saiger. Dachte, der ist so, hau ich weg, aber dann... Na, schade, ist kein Boot. Also, ich hab drei First Aid, drei Boost, 25 Bandagen. Ja, einen First Aid könnte ich nehmen. Ich hab einen First Aid, zwei Boost. Okay. Ja, die haben gesagt, dass die Zone zentriert wird. Aber die haben die Einstellungen im Discord gepostet. Also, vielleicht haben wir andere Einstellungen im Discord bekommen, als das, was sie gesagt haben. Also, die Zone ist 100% zentral. 100% zentral. Ja, guck dir das an. Guck mal, die ist genau in der Mitte. Ja. Wenn du bei ihr... Ja, ja, jetzt schon. Aber dann, ähm... Das wird halt hier das Ende sein, ne? Sollen wir da in das Haus rechnen? Das wird... Naja, das kann auch um Porink hier rumgehen. Also, 100% ist nicht immer ganz 100%, ja. Also, wir hatten hier schon Zone. Hier waren viele. Wir hatten aber auch hier schon Zone. Weißt du? Okay. So ein bisschen... Das schwankt so minimal. Kannst du ein bisschen warten erstmal, bitte? Weil... Ich muss... Alter, wir müssen rennen, Mann. Ja, aber auf mich, dass wir zusammenlaufen so. Willst du jetzt alleine laufen? Ja, sind doch nur Shotguns. Weil hier rechts von uns waren Spieler in Georgopold. Die könnten hier überall sein. Ja, die werden aber auch reinrennen. Ja, wir haben... Wir haben echt Zeitdruck, ne? Die zweite Zone kommt sofort, Spoon. Und ich hab nicht wirklich viel Heilung. Ah, hier ist ein Extended Mic. Also, bist du sicher, dass die zweite Zone sofort kommt? Ja, die kommt sofort. Weil, so wie ich das in dem Bild gesehen hatte, war da... Bei Discord stand Wait Time eine Sekunde. Also, wenn die bei Discord jetzt halt nicht die ganz falschen Einstellungen gezeigt haben, dann ist das so, ja. Na gut, wenn du das sagst. Hier, warte, ich dropp dir noch ein First Aid. Warst du in dem Roten schon? Das war ja, wirst du nice. Ja, in einem so einem Haus war ich, aber nur in einem. Wenn das wirklich zentral ist, Boone, dann müssen wir rennen. Ist kein Scheiß, wir müssen jetzt durchrennen. Vertrau mir, ich habe diese Spiele öfter schon gemacht. Ja, ich vertrau dir. Okay, also du, eben, deswegen, du musst dich da... Ich vertraue dir vor allem ganz. Weil du hast die Settings, du hast einen eigenen Server. Ja, ja. Du weißt, wie es theoretisch wäre. Ich hoffe, das ist alles so... Ich renne nochmal durch das Haus mit, weil das ist eher auf der Strecke. Ähm, hier, First Aid. Soll ich dir noch geben, oder nicht? Ja, ja, ja. Bei mir ist es auch noch ein Boost, nehme ich auch nochmal mit, auf jeden Fall. Ja, hier ist es was, ey. Nice. So, wohin, wohin? Einfach in die Mitte rennen. Schön, ne? Also Richtung Gelb, theoretisch. Ja, sollen wir hier runterlaufen oder weiter hinten runterlaufen? Die Brücke. Wird über die Brücke gehen, oder? Ja, die hier oder die eine weiter? Wird die nehmen. Ja, über die. Wir sind... Ich habe einen Vierer auch. Mit der UMP. Also, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, ja. Mich hat letztens einer im Finale mit einem Vierer und einem Schally UMP, hat der mich gekillt. Ich wusste nicht, von wo das kam, so, ne? Und der hat halt wie eine VSS die ganze Zeit auf mich geballert. Nur, dass die irgendwie genauer ist, die UMP, oder mehr Schaden macht, weißt du nicht? Ich bin froh, dass ich wenigstens die Mikro-UC habe. Können wir an dem Haus vorbeilaufen? Die ist richtig gut im Nahkampf. Ja, da kämmt keiner mehr drin, außer die Leute wissen nicht, was auf die zukommt. Was natürlich sein kann. Aber wenn du so einen Hust rumliegen siehst in der Garage, dann auf jeden Fall auch nochmal hinrennen. Du läufst jetzt einfach so schnurstracks rein, was wenn hier Leute sind. Die haben doch nur Shotguns. Ja, und? Oder UMPs? Ja, gut, das stimmt. Ja, aber wir müssen, wenn wir... Ja, ja. Stimmt schon, stimmt schon. Aber kommt die Zone langsamer, ist jetzt die Frage. Darauf habe ich nicht auf den Move geachtet. Werden wir gleich gucken. Werden wir gleich gucken. Die Sache ist nur, die macht ja... Oh, die kommt sehr langsam, ja. Ja, ja, eben, wenn die Move verändert haben, dann haben wir doch nicht so einen Zeitdruck. Aber das weiß ich jetzt nicht auswendig. Wir müssen durch den schlimmsten Teil laufen, ich hasse es, ey. Diesen Teil von Puchinki und Runes. Ich mag die. Also, ich kann nochmal gucken, schnell auf Move, wenn du willst. Auf dem Screenshot im Discord. 0,5 langsamer. Haben die die Move... Warte, ich guck nochmal. Wenn die langsamer ist, haben wir kein Problem. Dann können wir ganz normal laufen. Du hast recht, war anstatt sieben Kills von Vanguard ein Kill angegeben. Ist geändert. Okay. Okay. Die hatten bei dir einen Kill. Sechs Punkte klauen die uns. Warte, wo muss ich gucken? Bei Move. Okay, Move 300, 120, 120, 120, 120. 100. Sagt dir das was? Also, erst 300, dann 120, dann 120. Bei Move, ja. Und der Circle Speed generell, war der auf 1? Bei dem Regler? Also, Circus, Cir... Über Circle Centralization Faktor. Aber Circle Speed ist 1, ja. 1. Ja. Okay. Ja, gut. Move 150 ist eigentlich nicht so lang. Aber, ja gut, gucken wir mal. Das ist länger. Das ist auf jeden Fall, das ist länger. Der ist, glaube ich, auf 90 bei der... Links ist gelootet, glaube ich, oder? Ich? Nee. Nein, links ist gelootet. Ja, ja, ist auch. Ich glaube, das ist langsamer. Ich glaube, das ist bei 90 sonst bei der zweiten Zone. Oder so. Also, ist die auf jeden Fall langsamer. Dann haben wir doch nichts. Kannst du bitte mit Waffe laufen, Wengert? Ja, ja. Ey. Ich habe eh keine Mid-Range-Waffe. Es ist um, um. Wir haben ja vorhin geguckt, wie viel Unterschied das macht. Oh, letztes Mal. Ich habe keine Mid-Range-Waffe, generell nicht. Ich habe Saga, aber... Du hast keine um? Ach so, shit. Du brauchst unbedingt eine um. Hier ist eine um. Sehr gut, sehr gut. Extended? Brauchst du das? Griff? Extended und Griff habe ich. Okay. Falls du noch eine um siehst, sag Bescheid. Oder ich will auf jeden Fall doppel um spielen. Okay. Nicht Saga, Alter, im Notfall? Nee, nee. Doppel um. Die umbaut schon gut rein, ne? Weil, wenn ein Magazin leer ist. Ich habe sogar noch eine gefunden. Sehr gut. Ich nehme die Muni auch nochmal mit. Wenn eine um leer ist, nehme ich einfach die nächste. Hier ist nochmal Shotgun und Zweierweste. Habe ich schon, habe ich schon. So, ich gucke mal kurz. Und eine Sekunde. Oh, oha. Oh ja, wir müssen. Oh ja. Wir müssen. Direkt weiter. Oh, die ist schnell. Die bewegt sich schon relativ schnell jetzt. Yep, yep. Aber die zieht noch nicht so viel. Nein, die zieht so viel wie die normale zweite, glaube ich. Hier ist nochmal ein Versader. Kannst du bitte mit Waffe laufen, Vanguard? Selbst, selbst dann so. Ich möchte bitte, dass du mit Waffe läufst. Ah, es ist noch ein First Aid. Ich nehme das mal. Ja, ja. Also können wir ruhig alles mitnehmen. Zwei sogar. Nice, nice. Nehmt mit. Und ein Zweierhelm auch noch. Habe ich? Hier ist ein Dreierhelm. Oh ja, nehmt. Der Helm ist schon ziemlich sexy. Oh, sexy. Drei Helm ist voll geil bei UMPs. Ja, definitiv. Drei West und Drei Helm wäre schon extrem Porno. Oh, wir werden sogar nicht mal rechtzeitig reinkommen. Ne, ne. Und die moved ja dann eigentlich gleich weiter, ne? Ja, fünf Sekunden. Fünf Sekunden danach. Oh, dann renne ich doch ohne Waffe jetzt. Ja, das ist so, was ich meine. Du bist schon tot? Was? Du bist schon tot? Ja. Kann ja sein. Ähm, die macht ab der fünften Zone viel. Das ist jetzt die zweite. Dann moved die immer eine Sekunde dann direkt danach? Äh, ja, jetzt alle fünf Sekunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber dann ist ja die Runde mega kurz. Ja, warte. Die fünfte oder sechste Zone ist wieder zwei Minuten. Irgendeine Zone am Ende wird wieder lang. Die sechste Zone ist, glaube ich, wieder 120 Sekunden. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie das ausgetestet haben, den Modus. Ja, ja, denke ich, denke ich mal, ne? Oh, shit, ey. Ich hoffe, dass... Lord, das wäre ja richtig lame, wenn jetzt richtig viele an der Zone sterben irgendwie, ne? Ja, so viele werden gleich nicht an der Zone sterben. Ähm, hier vorne müssen wir mal aufpassen, wenn eine UMP vierfach ist. Ja. Leben noch 56 Leute. Ja, da links sind Spieler gewesen, glaube ich. Echt? Äh, 100 bei, ähm, ungefähr. Hier so bei gelb. Diese Halle und so? Okay. Ja. Aber das war halt so minimal gesehen. Ich weiß nicht, entweder war es ein Effekt oder... Zehn Sekunden. Boah, was? Sag ich doch. Sag ich doch. Es sind halt wenig, ne? Äh, Spoon. Ja? Willst du die ganze Heilung haben einfach? Und wir heilen uns ein paar Plätze hoch? Oh, vielleicht können wir das überleben zu zweit. Nee, das überleben wir schon. Die nächste Zone ist... Ah, wir sind schneller. Rechts von uns Spieler. Klaus? Südwesten. Südwesten. Klaus, Klaus, Klaus oder nicht? Nein? Nee, nee. Äh, Open Fields schon. In der Zone? Äh, außerhalb der Zone, glaube ich. Zone ist nicht so schnell. Schaffen wir easy. Easy, easy. Wir laufen theoretisch genau in die Reihen jetzt gerade. Echt? Ähm, wenn die so weiterlaufen, wie ich die gerade gesehen habe, ja. Aber die sind außerhalb, ne? Meinst du? OMPs? Ja, die sind da ganz hinten, ähm, Osten, Osten am, am Wald. Ja, ich sehe die. Hast du einen Vierer? Ja, ich hab einen Vierer, aber die Zone. Ja, lass erstmal laufen. Ja. Vorsicht rechts von uns, ne? Wegen den Leuten, die da vielleicht laufen. Die laufen auch schon in die Zone. Whitey down, alte Österreicher. Theoretisch, wenn du es richtig timest, könnte man sich erstmal so anfangen gegen das bisschen Gegenhallen, ne? Also die Zone jetzt tickt dann, glaube ich, mehr. Ja. Und irgendeine, so wie sollen wir in das Haus, in das Haus hier vorne? Ja. Zonaprobe setzt, aber ist egal. Ja, ich denke ich mal. Ja, oben läuft einer am Berg. Sehe ich, sehe ich. Wir können uns auch in irgendeinen Busch setzen. Wir müssen nicht in das Haus. Können wir auch, wir können aber auch ins Haus. Ja, dann lass uns Haus. Ich glaube, weil jetzt ist die Zone, die lange dauert. Vielleicht ist hier auch noch keiner drin, weil die ganzen Leute das nicht raffen, ne? Und ich hab eine Saiga. Den Typen oben sehe ich. Ja, der guckt schon so ein bisschen in unsere Richtung. Weißt du was? Steps oder so? Wer hat beschossen? Von hinten, ja. Ist es clear? Außer, hier gibt es zwei Spinner drin. Extended Quickdraw, nice. Die Zone movet ja dann gleich weiter, oder? Ah, ne, 10 Sekunden haben wir dann Zeit. Oben sehe ich ein Spiel. Oh, die... Der ist langsam okay, ne? Der hat auf jeden Fall ein paar Hits. Der ist am Stein. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Aber das... Ja. Hat auf jeden Fall gut kassiert, der Typ. Eider knockt. Der steht auf jeden Fall an der Zone. Ja? Das ist der, die Whitey gekillt hat. Der ist noch am Stein, einer. Einer ist noch am Stein. Ja, ja. Du läufst schon weiter ohne mich gerade. Ja, ja, die Zone kommt. Warte, ich fang den ab. Die zieht nicht viel. Und die ist mega langsam. Hörst du, ist der tot? Der ist tot. Hier ist doch noch einer. Er hat noch rechts geschossen. Er hat nicht getroffen. Ah ja, er läuft, er läuft. Ich stehe ihn ganz weit hinten. Da oben. Ich hab einen ausgenommen. Schön. Oh, voll, Waller, sorry. Get wrecked. Nicht sorry, get wrecked. Dann ist ihr Mate in Sound noch sein. Waller, stand mit Gute. Wir können übrigens noch so viele Leute von hinten kommen, ne? Ja. Theoretisch. Ja, da kommen noch welche. Wo? Zwei Leute, 280. 280? Ja, 280 auf dem Feld. Ach da, Alter. Die treffe ich nie im Leben, Mann. Einmal. Nice, Mann. Da hine liegt, da hine liegt, da hine liegt. Ich werd geht es jetzt. Ich werd geht es jetzt gut. Hab beide, hab beide. Ich werd von ihm wo geht es jetzt. Ich weiß nicht von wo. War der das? Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, nee, der nicht. Muss jemand anderes gewesen sein. Äh, von Südosten oder so. Auf dem Feld sind beide tot. Nice. Dein Vierasko brockt. Ja, ne? Das ist mega. Links hinter uns, hinter uns. Hier ist noch was hinter uns. Außen. Osten 85, ja. Der ist tot aber. Da kommen aber noch welche. Ja, da schießt noch wer. Lass sie erstmal in dem Baum bleiben. Wir sind noch in der Zone. Die Zone moved mega langsam. Mhm. Und die tickt jetzt richtig hart. Die werden richtig sterben. Ja? Ja, ja, die tickt jetzt hart. Ich glaub, jetzt tickt die, äh, direkt auf 7 oder so anstatt 04. Also, wer jetzt draußen ist. Boah, die haben die Häuser da, ne? Ja. Das ist böse. Wer jetzt draußen ist, hat ein Problem. Jetzt, wenn, wenn wir jetzt draußen sind, werden die sterben. Marco lebt noch. Wenn du willst, kannst du dich rächen. Wenn du mir sagst, wo... Oh, guck mal, wie die alle sterben. Zone. Ja, 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 ja. Krass, Mann. Okay, dann müsste die Zone jetzt clear sein, ja. Wir haben Zeit, aber wir brauchen gar nicht. Ja, Modus ist eigentlich ganz nice, finde ich. Äh, ich könnte hier in den Baum gehen und bin drin. Okay. Ich darf da nur nix von hinten pflastern. Oben ist was? Äh, 120, Swoon. 120 am Baum. Okay. Hat ein, zwei Hits. Äh, da ist so ein Stein, da ist so ein Stein. Ja, der ist gesprungen wie eine junge Gazelle. Darf ich nix machen. Weil der ist... Wollte auch nix machen. Der ist jetzt noch 130 irgendwo rum. Okay, die rechte Seite von uns erst mal. Guck mal an den Baum, 130. Siehst du auch, wenn ich ihn nicht schieße? Kann ich nicht sehen, weil mir ist genau da ein Baum davor. Guck wo ich stehe, guck wo du hinkst. Der kann mich halt abschießen. Ich kann nicht in Deckung gehen. Weil ich... Oh, Fenster, Fenster. Dreier... Dreier Fenster. Okay, der hat zwei Hits von mir. Ja, ja. Hab auch nix gegeben, aber bringt nix. Es sind auch sechs am Leben. Was? Oben, immer noch. Marco noch? Denk mir immer noch an 125, Swoon. Ja. Der kann mich nicht abschießen, theoretisch. Liegt da einer? Nee, es sind Schatten. 40 Sekunden noch. Bist du noch nicht drin, Spoon? Neben mir ist ein Stein. Da kannst du dran. Ja, ja. Nee, nee. Passt schon, passt schon. Ich will hier die Ecke erstmal halten. Die Zone kommt langsamer. Marco hat ne Vektor-Schalke-Dämpft. Scheiße, Mann. Ich hab's gehört. Oh, fuck, Alter. Wie viele Kills hast du schon? Nein, einen erst. Ich hab drei. Die Vektor wird halt ein bisschen scheiße, ey. Der darf keinen Blumenkohl mit Milchdinner heute bekommen. Der ist nämlich sonst vor uns. Move schon mal rein jetzt. Einer ist immer noch 130, ne? Gibt's hier Granaten nie, ne? Nee, ich hab keine. Von mir aus genau 125, so ein hinterer Baum. Ob ich nochmal die Saiga benutze heute? Okay, der müsste jetzt gleich vorkommen von 130. Ja. Ich hab leider halt so Blätter davon. Nee, ich seh's halt nicht. Ich kann dann... Äh, da ist noch einer. 160 Spieler. 160. Hat schon einen Hit bekommen. 160, ja. Ich seh. Hab ihn. Der ist low. Ist tot, ist tot, ist tot, ja. Sehr gut. Okay, Marco lebt noch. Und ein anderer. Einer war noch 130, ist der tot? Der ist tot. Ja, weiß ich nicht. Ja, da kommt keiner. Marco, wir kommen dich holen. Ja, rechts von mir. Slow, slow. Wo genau, wo genau? Ich seh ihn nicht. Ey, bei dem Haus, bei dem kleinen Haus da. Kannst du dich sehen. Marco hat halt ne Vector. Wir dürfen nicht in den fucking Nahkampf gehen. Einer im roten Haus, ja. Ja. Komm, Zone, Zone. Ach, shit. Ja, komm. Schnell in die Zone. Ich renne schon mal rüber. Ich auch. Gib dir Rückendeckung. Bin drin, bin drin, bin drin. Okay, okay. Gibst du mir Rückendeckung? Ich renne jetzt rüber. Ach, shit. Bei dir ist nichts mehr. Nee, dann gut. Dann, dann move ich. Dann muss ich hier so. Move spät. Dann nehme ich hier den Stein hier vorne. Oh, ich bin sogar... Au, shit, ja. Am roten Haus. Ja, ich schieße mal die Deckung. Ich bin weg, Donny, Sau. Okay, okay. Dann lass die Zeit. Der ist vorhanden, vor dem Haus. Läuft links. Ist super low. Hab ihn, Marco, down. Get wrecked, Marco. Get wrecked. Easy snack. Das war doch mein Kill, wenn... Easy Blumenkohl-Snack, Marco. Wo ist deine letzte? Dein im roten Haus wahrscheinlich. Ja. Dann hab ich keine Ahnung. Oder außerhalb der Zone. Nee, geht gar nicht. Boah, ich gönne mir gleich erstmal richtig Blumenkohl, ey. Ein Kilo. Oh, ich bin nockt, ich bin nockt. Nein, ich war Cocky. Der ist am kleinen braunen Haus. Ich war Cocky. Ja! Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Zweimal erster. Das sieht man immer bei uns auf dem Kanal. Also, folgen... Ich grüße Quantum nochmal. Quantum! Wir haben das richtig schlau gemacht mit dem Zaun. Das war richtig schlau. Das war einfach richtig schlau von uns. Richtig schlau. Oha, Marco hat allein sieben Kids, ne? Und ich bin ... Das war das. built. ich bin da. Oh! Vielen Dank.